Die sechste Staffel von The Masked Singer startet in die vierte Runde und sowohl das Rateteam als auch die Zuschauerinnen und Zuschauer rätseln fleißig, welche Stars sich unter den schillernden Masken befinden. In der ProSieben App stellen sie jede Woche aufs Neue einige Vermutungen anhand der Indizien und Auftritte auf. Hier die Tipps zu den möglichen Stars. Auf der Theorienliste zur Identität des Gorillas finden sich nach der dritten Show der Graf, Ben Becker und Howard Carpendale wieder. Bülent Ceylan und Frederik Lau wurden hingegen von Ruth Moschner und Ray Garvey im Rateteam genannt. Beim Zebra ist der Kreis der prominenten Namen etwas kleiner. Top-Tipps der Zuschauerinnen und Zuschauer sind Ella Endlich und Anke Engelke. Beim Org ist bei vielen hingegen noch ein großes Fragezeichen. Michelle Hunziker, Sandra Nasic und Gianna Nanini werden spekuliert. Die Fans meinen, dass sich Mark Keller unter dem Dorn-Teufel verbirgt. Ob sie da richtig liegen? Hartmut Engler wird ebenfalls getippt. Auch bei Galexis sehen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der richtigen Spur. Joanna Zimmer oder Judith Williams könnten demnach unter der Maske stecken. Pure Verzweiflung herrscht dagegen bei dem Seestern. Juliette Schoppmann, Angelika Milster und Baha Kisil stehen auf der Liste. Janett Biedermann, Yvonne Katterfeld und Vanessa Mai gehören zu den Top-Tipps bei der Disco-Kugel. The Masked Singer immer samstags um 20.15 Uhr live auf ProSieben und auf Join.